Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin bei 37.300 US-Dollar. Wenig Veränderung im Gegensatz zum Marktausblick, in dem wir am Samstag alles drüber gesprochen haben. Ich denke, diese Woche wird es deutlich, deutlich spannender werden als die letzte Woche. Letzte Woche natürlich durch Thanksgiving, Black Friday etc. pp. Sehr, sehr wenig Bewegung an den Kryptomärkten, an den Stockmärkten. Aber diese Woche sollte da deutlich, deutlich mehr möglich sein. Zumindest dann ab Mittwoch, ob wir heute und morgen schon die großen Bewegungen sehen. Denn das werden wir uns jetzt erst einmal anschauen. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video schon mal gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe rein. Join, wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Außerdem gerne meine Partnerbörse BingX abchecken. Dort könnt ihr auch alles traden, wie Forex, Stocks und natürlich auch die ganzen Kryptos. So, jetzt würde ich aber sagen, gehen wir rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei 37.300 US-Dollar. Wenig Veränderung. Wie gesagt, wir hatten am Samstag mal im Wochenausbringend darüber gesprochen, dass eine kleinere Korrektur, in Anführungszeichen, zumindest hier runter in den Bereich der 36.700 bis ca. 36.200 US-Dollar momentan die beste Alternative wäre. Wir machen mal ganz kurz den Traders-Reality-Indikator an. Da sehen wir, okay, Vektor-Candles auf dem 4-Stunden-Timeframe haben wir erst einmal keine. Gehen wir zurück in den 1-Stunden-Timeframe, also in die ganz, ganz kleinen Timeframes. Da sehen wir, okay, hier diese Vektor-Candle genau an unserem Golden Pocket. Die würde ich mir gerne noch holen. Natürlich, Daily Open ist jetzt schon zu spät. Psy-Range haben wir nach unten hin verlassen. Also wurde gestern nach oben hin einmal bestätigt, dass wir sie nach unten hin verlassen. Und dort konsolidieren wir jetzt derzeit etwas darunter. Das sind natürlich alles so Anzeichen, wo man sagen muss, okay, es würde oder würde einfach besser passen, wenn wir in Richtung Golden Pocket gehen. Deswegen hier runter in Richtung 36.700 US-Dollar momentan die beste Alternative. Und von hier aus dann wirklich nochmal einen Weg in Richtung 39.000 bis 40.000 US-Dollar. Wie gesagt, wir haben heute und morgen gar keine News. Mittwoch Bruttoinlandsprodukt, Donnerstag kommt eine Menge News und am Freitag dann ein bisschen ruhiger. Es wird natürlich auch sehr, sehr auf die traditionellen Märkte ankommen, die heute wieder richtig in Fahrt reinkommen. Und wenn wir mal so vorbörstlich ein bisschen hingucken, sehen wir, okay, wir haben weiterhin hier diese massive Barrage-Divergence hier beim Nasdaq und beim S&P 500 natürlich das gleiche Spiel. Und wir sehen, es geht leicht nach unten. Trotzdem, Montag, Dienstag könnte noch spannend werden. Und für Bitcoin könnte das momentan jetzt erstmal so ein kleiner Startschuss sein, dass wir in Richtung Golden Pocket gehen und von hier aus möglicherweise dann Long Trade reingehen mit einem Stop-Loss. Hier knapp bei 36.200 US-Dollar wäre ungefähr ein Risk von 1,15%. Finde ich absolut human, um hier möglicherweise in einen Long Trade reinzugehen. Das ist jetzt erstmal so ein bisschen die Alternative. Vom Close her, schauen wir mal ganz kurz auf den Daily Chart, wie war unser Daily Close. Also die letzten Tage waren alle nicht sonderlich gut. Wir haben hier diesen WIC mit dem höheren Hoch hier bei 38.400 US-Dollar bekommen. Nicht wirklich gut, weil wir eben nur die Liquidität darüber abgegrast haben. Und von hier aus sehen wir derzeit so ein kleines, ja, Reversal. Also heißt, Daily war nicht der beste Close. Und auch auf Weekly Timeframes sieht das Ganze richtig ugly aus derzeit, weil wir einfach nur ein höheres Hoch auf WIC-Basis gesehen haben. Also das heißt, auf dort kein wirklich signifikant höheres Hoch. Also das müssen wir mal ein bisschen im Auge behalten. Deswegen jetzt erstmal hier das Reversal. Was aber, wie gesagt, alles nicht wirklich sonderlich schlimm ist. Wir befinden uns weiterhin in einem Aufwärtstrend. Wir haben kein tieferes Tief gebildet. Wenn wir uns jetzt hier die Vector Candle hier jetzt holen sollten, mit eben dieser Long-Position ist weiterhin die Möglichkeit, dass wir hier locker in Richtung 40.000 oder sogar höher gehen. Aber dafür muss die ganze Lage passen. Wie gesagt, Nahost beruhigt sich derzeit ein bisschen die Stocks. Möglicherweise am Korrekturmodus. Aber da wissen wir dann, wie gesagt, am Mittwoch ein bisschen mehr. Jetzt erstmal hier die kleine Long-Position, die geplant ist. Und von hier aus, wie gesagt, der Weg in Richtung 40.000 US-Dollar. Volumentechnisch ist das Volumen derzeit ein bisschen raus. Also wir brauchen hier neue Impulse. Ihr seht es hier auf den 1-Stunden- und auf den 4-Stunden-Timeframe geht das Volumen deutlich, deutlich zurück. Also hier müssen wir uns jetzt nicht über einen impulsiven Pump oder Dump jetzt erstmal hier beschweren. Wir warten jetzt erstmal ein bisschen ab. Kommen wir hier runter, schauen wir, wie die Reaktion ist. Aber momentan ist das die einzige Liquidität, die wir hier zumindest nach unten hin erst einmal holen können. Und nach oben hin, wie gesagt, liegt genug hier an diesen Hochs weiterhin um 38.000 bis 38.400 US-Dollar. Was aber auch gut zu Short-Liquidation führen kann. Und von hier aus dann den Weg locker in Richtung 40.000 US-Dollar ebnen kann. So, gehen wir rüber zu Ethereum. Hier sieht es ein bisschen, muss man schon ehrlicherweise sagen, sogar ein bisschen bullischer aus. Also wir haben ja hier letzte Woche darüber noch gesprochen, ich glaube am Freitag. Das ist hier unsere Range weiterhin, die gilt auch weiterhin. Wir haben kein höheres Hoch erreicht. Auch hier nicht auf Schlussbasis haben wir einen Wig gekriegt, aber kein, wie gesagt, höheres Hoch. Das ist nicht so geil. Ansonsten bleibt an der Richtlinie, beziehungsweise an dem Weg, was wir letzte Woche darüber gesprochen haben, jetzt eigentlich nichts anderes. Ich möchte hier nochmal in das Golden Pocket rein. Bei 2.000 US-Dollar, wir blicken auch mal ganz kurz hier auf die Vector Candles. Einerseits auf den 4-Stunden-Timeframe. Da sehen wir, okay, keine richtige Vector Candle. Deswegen gehen wir runter auf den 1-Stunden-Timeframe. Haben wir hier möglicherweise noch irgendwelche Vector Candles? Ja, einerseits hier bei den 2024, also diese Marke hier zwischen 0,5er und dem Golden Pocket. Das sind die Marken, die ich mir gerne einfach noch einmal holen würde. Das heißt, bei 2024 bis ca. 2015 und dann nochmal bei 2.000 US-Dollar, wo dann eben das Golden Pocket liegt. Ansonsten befinden wir uns derzeit einfach in einer übergeordneten Seitwärtsphase. Das sehen wir ganz gut. Also die Range ist klar ersichtlich. Gleichzeitig würde natürlich, wenn wir jetzt hier nochmal ins Golden Pocket reinkommen, diese ehemalige Widerstandslinie nochmal als Support bestätigt werden. Und von hier aus könnten wir dann möglicherweise ein signifikantes Breakout dann nach oben in Richtung 2.200, 2.300 US-Dollar starten. Wir schauen uns das Ganze nochmal auf den Daily-Timeframe an. Wie sieht es dort aus? Da haben wir natürlich weiterhin hier unseren großen Widerstandsbereich bei 2.236 bis knapp 2.340. Also das wäre, dann sollten wir hier aus der Range wirklich positiv ausbrechen. Und ihr seht, was sich hier angestaut hat über die letzten eineinhalb Jahre. Könnte das wirklich zu einem signifikanten Breakout führen und dann uns wirklich hier zwischen 2.300 und 2.400 US-Dollar wirklich alles möglich sein. Ansonsten von den Daily-Closes, wie gesagt, nichts wirklich signifikant Bullishes, nichts signifikant Bearishes. Also hier muss man sagen, okay, Ethereum sieht ein bisschen besser aus als Bitcoin derzeit. Aber auch hier gilt natürlich, wenn Bitcoin natürlich runterkracht, dann wird Ethereum genauso runterkrachen. Aber wie gesagt, Long-Position hier zwischen dem 0,5er und dem Golden Pocket, das ist der Plan. Und von hier aus dann erst einmal ins Open End. Und jetzt klickt dann euch gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr von dieser Woche haltet. Seid ihr eher Bullish, seid ihr eher Bearish, euch ist es scheißegal. Schreibt auf jeden Fall gerne in die Kommentare rein. Damit unterstützt ihr natürlich auch noch ein bisschen Algorithmus, damit jeder dieses Video sieht. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns später wieder zu einem kleinen Altcoin-Update-Video. Und ja, dann war es das von meiner Seite. Wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und ja, dann hören wir uns später wieder. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer. Stay Crypto.